An deiner Stelle würde ich mir um Bärchensnerven Sorgen machen. Ist ein bisschen Reiz bei der Gute heute. Ja, weil du so aggressiv bist. Kommst du mit einer Laune rein? Hey, meine Laune ist super. Na, Glückwunsch. Du hast es wieder geschafft. Was ist denn los? Ist doch sonst nicht so. Ja, war's wohl. Sie ist sensibel heute. Oh. Hättest du mir mal vorher sagen können. Bis ich es sonst in Frauen verstehe.